Jetzt mit den Erfahrungspunkten ist echt ein bisschen irritierend gerade. Ich sollte wahrscheinlich da jetzt die Punkte verballern, aber ich will ja nichts falsch machen. Du da rein, du da rein. Äh, Bills? Need minimum one mine. Bang. Was? Achso, man kann Gebäude bauen. Äh, Fischer? Chirits? Ich, Tier 2. Upgrade Tool, Upgrade Armor, Upgrade Bow. Cursed Eggs. Ach, ähm, ich bin Gridsize? Right mouse button to open. Ach, du, gute Güte. Ähm, erstmal hier. 24 Stunden am Tag. 24 Stunden am Tag. Was, 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 was machst du? Ech. Attack Bonus klingt gut. Defense Bonus klingt gut. Mining klingt sehr gut. Und hier erhöhst du bitte deine Rüstung. Die ist Level 2 ist. Physical Resist 0,27, 0,76%. Bogen. Okay. Ähm. Axt. Das ist eine Axt, ne? Cursed Eggs Level 1. By Eggs. Hä? Immer noch Level 1. Mining Power 2,0. 2,06. Ach so, du bist schon 1 von 1. Das hat ein Limit. Hero Gun on Headboard, 24 Stunden Tag. Ach so, kann es sein, dass ich damit jetzt gesorgt habe, dass der nächste Tag jetzt länger dauert? Ach so, das ist so krass. So krass. Du, ich brauche jetzt, ähm. Es ist Schnee regnet wieder. Also, Wetter wurde auch eingefügt. Anscheinend. Ähm. Da hin. Ach so, Boiler brauchen wir auch noch, ne? Oder was fallen jetzt Boiler? Und da irgendwas, was Stein braucht, ja. Hatte ich erwähnt, dass wir Steinabbau auch automatisieren sollten? Hatte ich ja auch, aber das ist ein bisschen weiter weg. Weil die Ressourcen sind nicht so nah beieinander. So. Reicht das für einen Boiler? Nur 21 Steinen. Cursed, Klammer auf, einmal Cursed Talent Part 4, Klammer zu, Bonus. Ja, keine Ahnung. Absolut kein Plan. Ah. Durch mein Talent habe ich jetzt Ressourcen extra bekommen beim Abbauen. Ah, okay. Das, das verstehe ich. Das ist verständlich. Das ist gut. Food Production. Gott verdammt. Ach so, Pfeile kosten. Pfeile kosten Erfahrungspunkte? Lebenspunkte? Was? Ich habe anscheinend gerade Lebenspunkte verloren, weil ich Pfeile hergestellt habe. Das ist sehr komisch. Sehr, sehr komisch. So, Strom. Bäm. Du kriegst erstmal Holz. Okay, kriegst mehr Holz. So. Dann laufen wir jetzt unsere Ressourcen ab. Also Kohle abholen, Eisen da oben abholen und befüllen mit neuer Kohle. Ah, Stein. Ganz viel Stein abholen hoffentlich von da. Explore Bonus. Das ist gut. Du kriegst erstmal nicht so viel. Das sollte erstmal reichen. Und hier. 40 Stein. Das ist jetzt nicht so viel, aber na gut. Hier oben war das Eisen. Ja, war das Eisen. Du kriegst so. Was mache ich mit denen da? Alles komisch. So, Eisenplatten her. Gute rote Tränke wollte ich erforschen. Da. Bau 10 rote Tränke. Tu sie in ein Forschungslabor, das ich gleich hier hinsetze. Einfach da hin. So. Was? Oh, du bist kein Forschungslabor. Du bist ein Replikator. Wir könnten jetzt die Ärzte replizieren. Nein. Lass mich in Ruhe. Ich hätte gerne ein Forschungslabor. Oh. Ähm. Basic Circuit Board. Brauch Holz. Äh. Okay. Hört sich nicht sehr sicher an. Mach mal hier den Strom wenigstens nach hier oben. So. Und mach hier billigen Schmelzofen. Ja. Ja. Scheint zu klappen. Okay. Okay. Dann den ersten Drill. Bräuchten wir mehr Eisen anscheinend für. Wo ist denn jetzt die Zahnräder? Die müssen auch wahrscheinlich erst erforschen. Ja. Wahrscheinlich. Okay. Gucken wir gleich, wenn das da ist. Replikator verbraucht 110 Kilowatt. Ähm. Okay. Stell mal bitte Eisen her. Wieviel Brauch haben wir jetzt? Ist immer noch machbar. Ha. Okay. Okay. Das macht das Spielprinzip gleich vollkommen anders. Ähm. Da. Labor. Du musst auch ein bisschen größer. Okay. Also die kleinen Dinge sind Replikatoren. Die großen sind die Forschungsteile. Du machst jetzt das. Als nächstes brauchen wir elektrische Drills mit Zahnrädern. Für Zahnräder brauchen wir das da. Dafür brauchen wir 10 Tränke. Also brauchen wir nochmal da nochmal 10 Tränke. Und sammeln jetzt wieder Ressourcen ein. Holz für diese Zirkelsports und Erfahrungspunkte. Ja das ist ein wirklich schickes Feature. Also das ist egal was man jetzt macht. Dass man dafür dann auch Skills bekommt und Erfahrungspunkte bekommt. Das hat dann alles mehr Sinn. Das Bäume töten zum Beispiel. 24 Stunden Tag hat angefangen. Ja das habe ich mir gerade aus Versehen erkauft. Das war vielleicht nicht ganz so toll. Hier Mining. Mining Level 4. Bonus 4%. Get an additional item. Das sind Stats. Talents ist wieder was anderes. Ich könnte mein Tool aufstufen. Oder meine Armor. Wie viel haben wir jetzt? 0,27. 0,4. Okay. Also es macht schon mal was. Es ist gut, dass es was macht. Achso und weiter Tränke bauen. Warum nicht? Also das läuft langsam. Wir haben die Grundsachen da. Müssen wir jetzt noch erweitern. Müssen wir automatisieren. Und noch ein Forschungslabor bauen. Definitiv noch ein Forschungslabor bauen. Oh und Eisenplatten abholen. Die anderen Sachen fasse ich jetzt erstmal noch nicht an. Wobei doch. Ich würde ganz gerne mal testweise die Alien-Artefakte oben abbauen und gucken was da rauskommt. Das Ding ist cool. Achso, du brauchst hier Ressourcen. Und du brauchst keine Ressourcen mehr. Ja, das ist super. Du brauchst Strom? Ich dachte, du bist so ein Bio-Ding. Scheiße, sollten wir dich auch nicht so alleine da oben stehen lassen. Hä? Du brauchst Leichen? Sehr irritierend. Ähm, mach erst mal bitte. Genau, Fabriken, Zahnräder. Go. Hat das irgendwas hier mit zu tun? Nö. Du brauchst wahrscheinlich richtige Leichen. Also müsste ich irgendwas töten gehen? Ich baue erstmal das da ab und gucken was da rauskommt. Nichts. Achso, die Chance, dass irgendwas rauskommt, ist wahrscheinlich sehr gering. Und es gibt einen Crafting-Skill. Oh, ein Alien-Artefakt. Äh. Du siehst anders aus. Kann ich dich hier irgendwie verwurschteln? Only Cops can be inserted here. Not Alien-Artefakts. Äh, okay. Danke für die Aufklärung. Ähm. Und diese Alien-Artefakte, diese Erz-Aien-Artefakte muss man wahrscheinlich erstmal irgendwie umwandeln. Explosive Deforestation. Hä? Ähm, nein. Lass mal. Ich würde ganz gerne Sauerstoff. Es gibt jetzt Smog. Und der macht Schaden. Okay, was macht eine Bank? Ich kann jetzt eine Bank bauen. Ich will wissen, was die Bank macht. Basis. Basen Richtung. Wiederbelebung in Basis. Körper. Ich kann Körper bauen. Need minimum one turret. Ähm, was. Ich glaube, ich mache erstmal hier weiter. Äh. Ähm. Crafting-Bonus. Crafting-Bonus klingt sehr gut. So, dass ich immer, wenn ich was crafte, dass es entweder schneller geht oder... Oh, kein Strom. Dass es entweder schneller geht oder ich einen Bonus bekomme oder was auch immer. So, du bekommst jetzt mehr davon. Du gehst bitte da hin und kriegst hier 10 und da 10. Dann machst du bitte noch mehr davon. Und du sorgst dafür, dass wir einen besseren Bogen bekommen. Weil ich habe irgendwie das Gefühl, dass der Bogen unsere neue Hauptwaffe werden wird. Einfach, weil ich ihn leveln kann im Gegensatz zu den Waffen, die ich halt immer bauen muss und Munition herstellen und was weiß ich. Äh, die Munition für den Bogen ist irritierend. Ja, guck mal, der Bogen macht schon mal wesentlich mehr Schaden. Fast doppelt so viel. Ähm, der Bogen ist irritierend, weil ich die Pfeile irgendwie mit Blut herstellen will. Ich weiß jetzt gerade nur nicht, wo. Ich glaube, das war irgendwas hier. Bild? Nein. Boah. Äh, Forschung ist durch. Dann mach bitte als nächstes. Gab es hier nicht irgendwo auch Upgrades für diese ganze Bio-Geschichte? Für das Curse? Oh Mann. Bessere Replikaturen? Nein. Military. Hat dieselbe Munition. Ne, ich bleib beim Bogen erstmal. Mauern? Ich hab doch keine Ahnung, wo die Basis hinkommt. Ernsthaft? Absolut kein Plan. Ich muss wahrscheinlich alles irgendwie haben. Licht? Ja, ich hab noch kein Nachtsichtgericht. Licht wäre echt nicht schlecht. Also ich kaufe mir immer wieder Tag. Basic Electric Circuit Smart Insetter. Die brauche ich nicht. Ich brauche... Keine Ahnung, was ich brauche. Super Kontakte. Turrets. Turrets klingt echt nicht schlecht. Erforscht Turrets. So. Jetzt keine komische Bank hier bauen. Sondern das... Was? Ärmchen. Gib mir... Ärmchen. Was? Gelbe Ärmchen brauchen so viel verschiedenes Zeug. Öff. Okay. Und die Schmelzöfen brauchen seltene Erze. Seltene Erze war das Grüne da oben. Okay, dann haben wir hier schon mal ein Metall. Und Eisen war da hinten. Also machen wir in die Richtung auch schon mal Strom. Ich hab zwei Kupferkabel geschenkt bekommen. Das ist sehr nett von dir. Hier bauen wir mehr davon. Dann setzen wir dich durch eine normale Schmelze. Das heißt Talon Part. Ja. Gut. Hier könnten wir ruhig weiterhin diese Drills benutzen. Also baue ich mal zwei davon. Die dann durchgehen arbeiten und einfach nur Kohle produzieren. Und keine Stromverbrauchung. Und da war Stein. So. 117 Steine. Das ist doch sehr gut. Was ist mit dir? Du kriegst mal hier... Das. Ich hab keine Ahnung, was mit den Dienern anfangen sollen. Ich hab keine Ahnung, was mit den Dienern anfangen sollen. Vielen Dank.